2022 war ein sehr sehr wildes Jahr. Wir haben sehr viele Karten gesehen, die sehr teuer waren, einige die nicht so teuer waren und ich habe mir gedacht, ich gucke mir mal an, welche Karten 2022 rausgekommen sind, also neue Karten, die vorher noch keinen Druck hatten. Welche davon sind am Ende des Jahres die teuersten Karten, die dieses Jahr neu erschienen sind? Es gibt ein paar Überraschungen, ein paar, die mich nicht wirklich überraschen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Platz Nummer 10 und das ist einmal Kashtira Unicorn. Kashtira Unicorn ist eine Karte, die wahrscheinlich vom Preis in den nächsten Monaten ein bisschen höher gehen wird. Der Kashtira wird ein Deckthema, was mit dem nächsten Hauptset deutlich besser sein wird. Kashtira Unicorn kostet aktuell seine 20 Euro. Ist also eine Karte, die nicht günstig zu bekommen ist, aber nicht so krass teuer ist, wie manche andere Karten aus 2022. Deswegen ist hier noch Platz 10. Aber es ist eine sehr gute Karte, die Karten vom Gegner schon extra lag banischen kann. Facedown, was ziemlich gut ist und Zauberkarten suchen kann, was mit dem nächsten Hauptset natürlich deutlich, deutlich besser wird. Also ja, wir fangen an. Preisdick, Platz Nummer 10, 20 Euro. Bisschen weniger als ich erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber kommen wir zum nächsten Platz. Platz Nummer 9 geht einmal an die Karte Ultimate Slayer. Eine Karte, die extrem gehypt war. Eine Karte, die alle erwartet haben, dass sie quasi richtig, richtig strong ist. Ich fand ihn ein Fan von der Karte, weil ich der Meinung bin, dass es einige Karten gibt, die den Job, den die Karte macht, einfach besser machen. Und dass die Karte als Ziel wählt, hat dir nicht unbedingt geholfen. Aber was kostet Ultimate Slayer denn jetzt am Ende von 2022? 21 Euro. Ihr kriegt Ultimate Slayer relativ günstig. Der hat hier aber so auf 50 Euro gestartet. Ist also krass, dass sie jetzt nicht mehr ganz so teuer ist. Aber 21 Euro für eine Karte, die aktuell nicht wirklich gespielt wird, ist trotzdem extrem viel Geld. Aber es ist eine gute Karte und das muss man einfach fairerweise mal so sagen. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit Platz Nummer 8. Das wird ziemlich spannend. Denn auf Platz Nummer 8 haben wir einen Teil, nämlich zwischen drei verschiedenen Karten, die alle denselben Preispunkt haben. Alle verschiedene Phasen in ganz Yu-Gi-Oh! mitgenommen. Gehen wir die einmal ganz kurz durch. Die erste Karte ist einmal Riot of Aramesia. Kostet 25 Euro. Das ist der Preispunkt, den alle drei Karten gemeinsam haben. Die Core-Karte für die Brave Engine war Anfang und Mitte des Jahres extrem krass. Auch deutlich teuer. War so bei knapp 50 Euro. Hat sich nicht gehalten, weil die Brave Engine aktuell auch nicht gespielt wird. Ist also auch nicht mehr ganz so krass, wie es halt am Anfang des Jahres gewesen ist. Aber auch hier am Ende des Jahres eine der teuersten Karten, die 2022 rausgekommen ist. Mit, und das finde ich sehr überraschend, Beginn des Abenteuers. Die Karte von dem Fluron-Reese-Deck-Thema, die so bei 10, 15 Euro gestartet ist, als sie rausgekommen ist. Und jetzt, wo es die einzige Karte im Deck-Thema ist, die so ein bisschen was an Wert hat, ist sie ein bisschen gestiegen auf 25 Euro. Und die Karte ist für das Deck-Thema essentiell wichtig. Die kann Impermanence und Vailer dodgen und euch eine Karte geben, die ihr für die Strategie braucht. Das heißt, das macht das Deck weniger anfällig fürs Bricken. Die nächste Karte, die auf jeden Fall auch am Ende des Jahres ein bisschen was kostet, auch auf Platz Nummer 8, auch 25 Euro, ist einmal Runic-Tipp. Ja, die Karte war bei, ich glaube, 37 Euro zum Peak. Jetzt natürlich am Ende des Jahres, wo sie nicht viel gespielt wird, kostet sie aber immer noch ihre 25 Euro, weil es immer noch eine sehr gute Karte ist. Einfach eine Runic-Karte vom Deck auf die Hand zu adden und dem Gegner die oberste Karte vom Deck zu banishen, ist halt immer noch keine schlechte Karte. Und das macht Platz 8 auf jeden Fall safe für die Karte. Aber das könnte eine Karte werden in Zukunft wieder ein bisschen teurer wird, wenn halt Ishizu hier nicht mehr im Format ist oder weniger im Format ist, weil die Bänden schlopft da schon an und sagt, ey, Ishizu, vielleicht ein bisschen runterfahren. Könnte also passieren. Platz Nummer 7 hat mich ein bisschen überrascht, denn ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass diese Karte rausgekommen ist, weil das Deck-Thema eigentlich aktuell gar nicht so stattfindet. Aber die Karte ist relativ teuer für das, was sie tut. Und das ist einmal Welcome Labyrinth. Diese Fallen-Karte ist natürlich wichtig für das Labyrinth-Deck-Thema. Die hat einen aktuellen Price-Deck von 26 Euro. Ist natürlich eine neue Karte aus 2022. Ob die jetzt wirklich diesen Preispunkt wert ist, lässt sich darüber streiten, weil Labyrinth seit Release nichts gemacht hat und diese Karte wirklich halt teuer ist für das, was sie tut. Und spielt sie halt dreimal in dem Deck. Ob ich das machen würde, ist halt die Frage. Da würde ich wahrscheinlich lieber Fru-Rind-Deck spielen mit der Quickspell, die sogar günstiger ist, auch wenn sie nicht viel günstiger ist. Aber vielleicht würde ich es eher so rummachen. Auf jeden Fall für mich die erste Überraschung in dieser Top 10, dass wir Labyrinth auch mit einer Karte vertreten haben. Dann kommen wir zu Platz Nummer 6. Und das ist eine Karte, die für sehr viel Hype gesorgt hat, als die Karte rausgekommen ist. Weil es eine Karte gibt, die dazugehört, die das sehr gut macht. Und das ist einmal Illusion of Chaos. Die Karte, die dazugehört, ist einmal Magician of Souls. Denn die könnt ihr aus dem Deck damit adden. Nicht nur die, aber das ist die Karte, die meist damit adden werden. Denn diese Karte kostet aktuell ihre 29 Euro. Ist also deutlich gesunken. Die war so bei knapp 50, 60, eben ist so runtergesagt. Ganz langsam, so auf 29. Weil auch die Engine aktuell nicht viel gespielt wird. Aber man muss fairerweise sagen, das ist eine Engine, die wir in Zukunft auch häufiger sehen könnten. Weil die halt echt gut ist. Ihr kriegt ein Monster auf die Hand, legt die Karte weg. Könnt die Specialen, können zwei Karten ziehen, wenn ihr Fallenkarten noch wieder pflegt. Das ist super generisch und das ist super, super gut. Und ich finde 29 Euro für so eine Karte, die sowas ermöglichen kann, eigentlich ein bisschen wenig. Auch wenn ich natürlich, ne, Jugo ist teuer. Aber ich glaube, dass die Karte deutlich teurer sein könnte, als die aktuell ist. Also wenn ihr die dann nicht habt, besorgt euch die. Auch am Ende des Jahres, vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, genau die Karte zu besorgen. Auf Platz Nummer 5 haben wir auch eine Karte, die dieses Jahr für sehr viel Furore gesorgt hat. Und das ist einmal Therion Regulus. Die Karte ist echt gut. Die kostet aktuell 30 Euro. Die hat die Fähigkeit, eine Therion Karte von der Hand oder vom Feld auf dem Friedhof zu legen und einen Monstereffekt zu annonieren. Das ist ein sehr guter Effekt. Klar, die Therion Karten können noch ein bisschen mehr, die kann sich auch selber spezial beschüren. Aber die sind so ein bisschen runtergefallen, die Therion Karten, weil wir halt im Laufe des Jahres Karten bekommen haben, die vielleicht ein bisschen besser sind oder wo die Deckstrategien sich ein bisschen verändert haben. Die Bandits hat auch ein bisschen was verändert, logischerweise. Ob die jetzt wirklich höher gehen wird, kein Plan. Aber ich finde 30 Euro für am Ende des Jahres trotzdem sehr, sehr stabil. Das zeigt, dass die Karte quasi an sich sehr solide ist und die Preise so ein bisschen hin und her gehen. Weil die Warme bei 30 Euro ging hoch auf 50, ging wieder runter auf 30. Ist also eine Karte, die wir wahrscheinlich auch in Zukunft deutlich häufiger sehen werden, wenn das Format sich wieder so ein bisschen verändert. Auf Platz Nummer 4 kommen wir zu der aktuelleren Meta und das ist einmal Sprite Blue. Sprite Blue kostet aktuell so seine 35 Euro. Ist also nicht billig. Diese Karte ist aber ziemlich, ziemlich cool. Denn die hat die Fähigkeit, alle Sprite-Mods zu ändern, die ihr wollt. Also eins, logischerweise. Und die kann sich halt selber spezial beschüren. Und optisch ist die auch sehr cool. Die war im Peak so bei 50, 60 Euro, was also ziemlich krass ist. Und obwohl Sprite aktuell nicht das beste Deck ist, eins, was man spielen kann, aber nicht das beste Deck, ist es trotzdem krass, dass die Karte immer noch so 35 Euro kostet, weil ihr braucht immer noch 3 Kopien davon, weil Blue ist halt so der Kernpunkt von dem Deck neben dem Starter. Krass, dass die Karte immer so teuer ist. Aber eins der besten Decks dieses Jahres mit der teuersten Karte aus dem Deckthema ist nur auf Platz 4 auf dieser Liste. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil das Deck auf jeden Fall krass, weil es rausgekommen ist. Noch krasser war mit der Runic Engine und dann kam das nächste Deck und weg war das Deck. Immer noch gut, immer noch spielbar, immer noch topbar mit dem Deck, aber deutlich weniger krass, als es zu Release gewesen ist. Und auf Platz Nummer 3 kommen wir wieder zu einem kleinen TIE. Das heißt, wir haben wieder zwei Karten, die kosten das gleiche am Ende des Jahres. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht, denn die erste Karte ist einmal die Field Spill von dem Telemitek-Thema und das ist Pelle Reino. Die kostet aktuell 40 Euro. Das ist die Hälfte von dem, was die gekostet hat. Und das finde ich sehr faszinierend, weil TIE Shizu ist aktuell das krasseste Deck, was ihr spielen könnt. Und die Karte wird darin logischerweise gespielt. Es haben die Leute extrem Angst vor einer Banlist. Deswegen wird diese Karte auch immer so ein bisschen günstiger und das finde ich halt sehr, sehr krass. Die Karte ist natürlich heftig. Auf Aktivierung sieht ihr euch den TIE Elements Monster, was halt sehr krass ist oder wie gesagt Star Wars, wenn ihr das spielen wollt. Und wenn eine Karte ins Deck zurückgemischt wird, also ein Akkormonster, könnt ihr eine Karte auf dem Spielbild zerstören. Ist also eine sehr essentielle Karte für die ganze Deckstrategie. Also ziemlich gut. Jetzt natürlich die Frage, was ist denn genauso viel wert wie Pelle Reino? Guardian Chimera. Diese Karte hatte einen richtigen Hype, als Despier rausgekommen ist und richtig nach oben geschossen ist. So auf 60 Euro war richtig, richtig krass. Dann ist sie runtergefahren, das Deck weniger spielt, wurde so auf knapp 25, 30 Euro. Jetzt ist sie wieder für 40 Euro, weil wir die auch wieder in anderen Deckstrategien sehen werden. Aber sie ist nicht mehr so prominent in den meisten Deckstrategien, wie es halt vorher gewesen ist. Vorher war es halt so, ich habe viele auch zwei davon gespielt. Mittlerweile spielt ihr nur einen davon und die Karte ist halt ziemlich gut. Denn ihr könnt mit der Karten auf dem Feld schießen und Karten ziehen und die kann nicht getargetet werden von Karten-Effekten des Gegners, wenn eine Poly im Friedhof liegt. Also eine ziemlich, ziemlich gute Karte und das macht die auf Summon. Und es gibt eine Karte wie Brandon Reds, die auch in der Gegner schon nur aufs Feld klatschen kann und dann kann die halt extrem böse kommen. Also gute Karten. Auf Platz Nummer 2 haben wir eine Karte, die eine etwas neuere Karte ist. Ich habe bei dieser Liste auch eigentlich genau sowas erwartet, dass wir die neueren Karten, die zwischen Ende des Jahres rausgekommen sind, auch ein bisschen weiter oben auf dieser Liste sehen, weil die einfach neuer sind. Und das trifft einmal auf den Abscheulichen Lobelion zu. Dieser Name ist einfach so geil. Lobelion ist eine gute Karte. Ihr könnt die abwerfen, könnt euch einmal einen Abscheulichen-Monster suchen, was halt ziemlich gut ist. Wenn ihr im Friedhof willst, könnt ihr einen Drachen-Level-6-Dark-Monster tributieren. Die Specialen, dann könnt ihr euch einmal pro Spielzug eine permanente Karte aus dem Deck aufs Feld setzen, was halt ziemlich, ziemlich gut ist. Ob sie jetzt 45 Euro gut ist, kann man sich darüber streiten, wobei die auch vom Preis für das ein bisschen gefallen ist. Die war also bei knapp 55 und ist langsam runterrotiert. Ist also auch gar nicht mehr so teuer, wie sie halt bei Release gewesen ist. Aber dennoch, es ist eine sehr gute Karte, in der Nierabscheulich-Monster. Wie sie jetzt, wie sie auf Englisch heißen, was viel besser ist, sind natürlich extrem gute Karten. Und in einem Deck wie Despia zum Beispiel ist Lobelion krass. Richtig, richtig krass ist die da drin. Bevor wir jetzt aber zu Platz 1 und der teuersten Karte aus 2022 kommen, lasst mir doch gerne mal ein Like da für das Video, damit ich weiß, ihr habt Bock auf Yugi-Content. Da mache ich sowas für euch in Zukunft auch natürlich ein bisschen häufiger. Weiter geht's mit Platz Nummer 1. Und für alle, die dieses Video verfolgt haben, wird aufgefallen sein, es fehlt eine bestimmte Karte, die für unglaublich viel Hype gesorgt hat 2022. Vöhrt ihr nicht wissen, wovon ich rede, könnt ihr mal in den Kommentaren raten, welche Karte das ist. Denn es sollte sehr offensichtlich sein, welche Karte hier fehlt. Und für alle, die es nicht wissen, 3, 2, 1, Kashtira Venria ist die teuerste Karte am Ende von 2022 mit unglaublichen 58 Euro. Und das ist eine Ultra Rare aus seinem Hauptset. Das möchte ich kurz nochmal anmerken, weil normalerweise werden diese Karten nicht so teuer. Und die Karte hat dieses Potential, noch teurer zu werden, wenn das nächste Hauptset kommt. Für alle, die nicht wissen, was Venria macht, wie so auch immer. Venria kann sich selber spezialbeschwören, wenn ihr kein Monster kontrolliert. Wenn ein Monster-Effekt aktiviert wird von einem Gegner oder ihr einen Angriff mit dieser Karte deklariert, dann könnt ihr eine Karte auf die Spielfeld wählen von einem Gegner und die Face Dawn banishen. Was ein unglaublich guter Effekt ist. Der zweite Effekt ist der, dass die in der Mainface einen Kashtira-Monster suchen kann. Und die kann sich selber suchen. Das macht die halt fürs Side-Deck unglaublich gut. Ihr kriegt ein Free-Buddy-Ausfeld, kriegt den Extender für die nächste Runde oder das Out für die nächste Karte schon auf die Hand, könnt angreifen, könnt was outen, weil die hat zwei 358 Karten, die ist halt gar nicht so klein. Und ihr könnt auch was vom Gegner wegnehmen. Und manchmal kann der Gegner gar nichts tun. Das ist halt ein bisschen nervig. Also die teuerste Karte aus 2022, Kashtira, Venria. Glückwunsch! Wenn ihr mehr Yuki-Konzer für mich sehen wollt, klickt einmal auf dieses Video, das schickt euch YouTube mal vor. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann oder rein. Ciao. Leute.